Willkommen zurück bei GTA Online mit Tomi, Hebel und FreshFries. Hi. Hallo. Was gell? Was gell? Yo. GTA Rennen und Void Void und keine Ahnung Spirale, so wie es da oben aussieht. Und da steht nur der Standardtext. Schade, schade. Und wir fahren ungetuned und ich hab immer noch keine Waffen. Er hat keine Waffen. Ich bin... Hä? Was war denn das denn? Ich bin drunter geklatscht. Wie kann man das machen? Weiß ich auch nicht. Oh. Wurde ich irgendwie so gerammt oder so, dass ich... Keine Ahnung, was ist das denn? Oh, ernsthaft? Da ist ein Ruckel, weiter auf. Ruckel? Ah, da ist ein Ruckel, weiter auf. Er steht hier? Was ist los? Ich hab halt keine Reifen mehr, aber fahr trotzdem hier hoch. Das warst du gar nicht, okay? Was ist das für ein Waffen? Alter. Erstmal respawnen. Ohne Reifen keine Chance. Huh. Oh. Hallo. Helvet first first, nice. Ciao Kaka. Man kommt gar nicht dran. Ey, ich seh nichts. Die Auffahrt hat mich einmal gespürt. Ihr seid richtige Lappen. Der braucht nur mein Auffahrtentutorial. Ja, genau. Ja, genau. Noch eine, der das braucht. Da braucht man gar nichts. Man braucht einfach Skill. Hä? Man braucht ein Auffahrtentutorial. Muss ich mal wieder eins machen. Tommi, was war da los? Weißt ich nicht. Hat dich irgendeinen Highskiller gesprengt? Ja. Ja, aber nur weil ich keinen Bock auf das selbst muss. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Helvus. Was? Was? Hier, rufe den Tipp. Ach, f*** dich. Ach, Atomic war das? Ja, hat Fullspeed durchgeheizen. Unervenbruder. Richtig Unervenbruder. Schatz, man muss die Lücke treffen. Hä? Was macht Runtmonster? Was machst du? Alter, er geht auf den letzten der Unervenbruder. Richtiger Armbruder. Richtig Unervenbruder. Schatz, man muss die Lücke treffen. Ah, nix. Weil das hat er so passiert. Ja, ich feiere dich. Ah, meine Reise. Wow. Wohin flieg ich? Alter. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Loll, er ist explodiert hier unten. Richtig mies. Er explodiert unten. Oh, ich konzentriere mich halt gerade nur auf Annäherungswinkel. Ja, ich seh das. Was? Oh, oh, ich bin ein bisschen zu weit, Mann. Oh, was ist das hier? Ich wusste nicht, dass der aussteigt. Oh, scheiß. Ich seh nix in diesem Licht hier. Fuck. Irgendwas ist da hoch. Ja, sieht nix. Das hier. Ich muss von Weitem gucken. Ich seh nix. Ey, scheiße. Bei mir ist es zu dunkel, Mann. Hier ist es wirklich. Nein. Ich spreng direkt rein. Was für ne Aufwahrt mit der Rampen. Easy. Ey, Leute. Was ist los bei euch? Weil, auch bei denen wartet du da hin? Ich seh den Schlitz nicht, Mann. Oh, da ist ein Schlitz. Diego sieht den Schlitz nicht. Crash, mach mal das Hack an. Ich fahr dann weg hinterher. Wahrscheinlich, ne? Kurzemattmenü, easy. Na, hey, genau. Du kannst nur für dich selber machen. Hä, das geht nicht? Ja. Stopp. Du hast ja nicht gesagt, mach für alle Tag an, oder? Ja, doch. Das hab ich ja auch gemeint. Ey, ich seh das. Die alle sagen und meinen ist was anderes. Ey, ich seh das. Ja, das Ding halt echt nicht, ne? Ich fahr halt langsam rein. Ja. Dann fahr ich die Anjungsminen waren mal besser. Ah, geht schon. Nein! Oh, nein! Oh, nein! Der Respawn. Och, come on! Jetzt krieg ich den Punkt für mich. Das sind irgendwelche Streben, Mann. Jetzt sind die im Weg, ey! Ganz ehrlich, ich leg dich nicht. Er hat alles vollgelegt. Ne, weil hier ruhig sind. LOL! Du hast doch gar nichts zum Legen, hast du vorhin gesagt. Ja, Anjungsminen schon, da ist sonst nichts. Kann ich jetzt mal fahren, ohne dass ich gerabbt werde? Wie kannst du mit Level 29 überhaupt Anjungsminen haben? Es geht auf jeden Fall. Mod-Menü auf jeden Fall im Schad. Ne, definitiv fremd. Wo muss man da hin? Soll. Geht ja nimmer. Nein, ey! Wie soll man das schaffen? Bist du auch noch hier? Ne, dann bist du woanders schon, ne? Ah, ich hab ne Idee! Nein, 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 nein. Er geht zu Fuß. Ne, zu Fuß geht das nicht. Er kleidet in dem Punkt mit Auto. Wahrscheinlich mit Auto. Finally! Easy, oder? Ja. Ja, Loro. Come on, Cheater. Jo, ich meine Ahnung, bist Vierter. Bin Vierter, ja. Ja, gut, dass ich nichts gelegt habe. Wobei... Ja doch, ich bin Vierter. Ich hätte es bereut. Was mach ich da? Bin ich jetzt an der Bremse vorbei, oder was? Tomis erster richtiger Hacker. Da war ne Bremse oben. Hebel ist erster richtiger Hacker. Ja, der Cheat war. Er schafft es eh nicht, First Try. Wenn du das First Try schaffst, weiß ich nicht. Was muss ich das mal machen? Ja, verrate ich jetzt bestimmt. Ich bin hier seit ne halben Stunde und verrate's. Ah, ich weiß. Ich hab den Punkt, nice. Das ist aber nicht wahr, Alter. Ich hab ihn. Ich lass den extra noch Zeit, damit er noch zurückgehen kann. Was war daran nicht schwer? Jetzt mal. Okay, respawn. Er hat ihn nicht. Ich hab ihn doch schon. Hallo, wo ist die Karre da? Wo ist der Nächste? Jetzt liegt die Karre da. Lol. Du hast es noch gar nicht, Tomi. Er hat's weggerollt, nice. Was? Was war das? Also, ich wollte es eigentlich, wollte ich es mit Falsche machen, bin aber nicht hingekommen. Also, äh, hab vorher den Punkt schon bekommen, so. Durchlack. Ey, ich hab das First Try. Er lagt sich in dem Punkt. Aber easy im... Du hast es nicht mal First Try. Er lügt richtig. Ich hab das. Schau, ich hab den Punkt. Ja, Second Try. Das hört. Ist doch scheißegal. Er sagt First Try, weißt du? Ich hab irgendeine Ahnung. Richtiger Lügner. Ey, ich flieg daneben. Lauf bei dir hier, Junge. Wo machst du denn hin? Warum machst du sowas? Wo bist du überhaupt? Ach, wo bist du überhaupt? Ach, da noch! Lol. Ja. Du musst einfach geradeaus und dann auf die eine Seite, da wo der Bremse ist. Ja. Fertig. Ja, fertig. Und bis hin rechts. Dritter. Ja da auch nicht viele... Ja da auch nicht viele... Ja da auch nicht viele... Ja da auch nicht viele Trice. Wegen... Minen. Lol. Sorry, dass ich im Weg war. Hebel legt sich wieder in den Weg. Der unsichtbare Flash war im Weg. Die Kante halt, ne? Ja. Hebel, die Kante legt sich immer in den Weg. Nein! Ich hab Fallschirmen. Egal. Juhu. Die ganze Zeit Fallschirmen hat er gar nicht bei mir. Ich hab keinen Fallschirmen. Echt nicht? Ich hatte einen. Schadig, schadig. Wir sehen uns bei der nächsten Map. Und da sind wir wieder. Long Jump. Von... Wem war das? Sonne Beast. Sonne Beast. Er merkt sich das auch noch. Krass, ne? Wallride und Stralen Jump. Stand in der Beschreibung. Multitalent. Jetzt könnte ich mir sowas nicht merken. Frag mich mal bei den nächsten. Mein Papi ist bestimmt wieder vergessen. Ach, der Papi ist der Wichster. Dann kommst du mit deiner scheiß Mathe-Rechnung wieder, Alter. Wieviel 17x17? Keiner ist nur im Nachtrücken. Wohin? Was? Auf keinen Fall. Loll. 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 Aber wie? Ich fahr Spiralen. Ja, ich fahr sie auch gerade. Echt? Ihr seid dran gejumpt, oder was? Nein, die sind nicht dran gejumpt. Also bei den Spiralen ist der Weg nicht. Okay. Dann müssen wir dran gejumpt. Krass. Also ist bei den Spiralen der Weg. Richtiger Lügner. Warum lachst du? Loll. Richtiger Lügner. Größter Lügner EU-West. EU-Ost. Oh, sorry Paco, Alter. Was ist los? Du weißt, mit jeder Lüge tust du halt nur die Lüge. Hero wählen, ne? Das ist halt so die Lüge. Achso, ich bin da drauf. Ja, aber für jede Lüge eine Anhängungsminut. Achso. Loll, da war sie schon. Wie siehst du? Die, äh. Die, äh. Die, äh. Hier lag auch eine hinten. Hört auf zu lügen. Welcher Penner war das? Welcher Penner hat die hier hinten hingelegt? Hebel bestimmt. Wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht. Weil nur drei zur Auswahl stehen und Zinschu macht das glaube ich nicht. Wenn ich jetzt einfach eine 50-50 Chance hatte zu treffen. Er hat auf jeden Fall das erste Move gebaut. Uhu. Was mach ich da? Er hat das Rennen schon beendet. Richtiger Hacker. Alter, fast runtergefahren. Da blinkt doch schon wieder was, ihr Lappen. Hier war auch was Hebel, sag ich doch. Richtiger Lappen. Hebel ist so auf der Lappenskala so ganz so. Heel. Wenn er am Gamescom Samstag da ist, er wird erst mal... Er wird erst mal zusammengeschlagen. Zusammengeschlagen, ja. Oh, Imz. Oh, da lag noch einer. Richtig unnötig halt einfach. Na ja, heute erwischt's mir nächstes den richtigen. Zunächst bis jetzt. Wahrscheinlich, oder? Boah, ich pack mich wieder nach hinten oder er packt's? Wahrscheinlich. Ah, Atomic ist APK der Kick. Rush Full Speed. Richtig Kick. Wahrscheinlich, ja. Ja, du musst auch weit springen. Ja, sieht man noch gar nicht. Was mach ich da? Ich guck aufs Radar, ey. Wo ist denn... Da hoch, da hoch, da hoch. Du musst noch hochfahren. Da kommt nichts Schwieriges. Und richtig weit springen. Ja. Nein, da kommt direkt das Ziel. Hashtag Hiha. Ja, du schaffst es noch, wenn du es nicht verkackst. Er verriet ihn richtig, meinst du, da kommt nicht das Ziel. Boah, ich dachte gerade, ich fahre gegen die Kante, ey. Wie viel haben wir? Wir sehen uns bei der nächsten Map. Und da sind wir bei der nächsten Map. Stunt irgendwas. Ich hab's nicht mehr gelesen. Stunt-Boys. Stunt-Boys oder so. Ja, ja, Stunt-Boys. Stunt-Boys. Auch wenn da Atomic ist von mir und der ist im AFK. Ah. Ah. Ich höre da ziemlich viel Mimimi, kann das sein. Ziemlich viel Mimimi am Start auf jeden Fall, Freunde. Hä? Tüncher ist geschmiert. Was? Die rasen hier richtig an mir vorbei. Ich hab alle abgeräumt. Ich hab alle abgeräumt, zum Gefühl. Ne, mich nicht. Er hat sich nach vorne gescheatet. Jo. Von mir hat sich echt einer vor... Oh, Alter, er legt schon wieder einen Mienen. Ja. Hiro. Hä? Ne, ich bin das nicht. Bei mir bist du irgendwo hingefahren, aber... Ja, leckt sie wieder hier oder so. Hiro leckt's. Ja, wahrscheinlich. Wasch verkackt. Irgendwer hat was gelegt. Und zwar ziemlich schlecht. Hier liegt überall was. Ja, als letzter brauch ich nichts legen. Ja, macht keinen Sinn. Aber du hast die drei Runde nicht bedacht. Dieser... Wichser. Richtiger Wichser, dieser... Hey, befährt einfach in meine Annäherung zu. Vor allem, ich bin allerletzter. Muss ich jetzt mit Tomi machen? Oh, 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 oh. Richtig vergewaltigt. Vor allem, da liegt noch tausend lang weitere Menschen. Irgendwie haben da alle gelegt. Was? Hast du von hinten geworfen, oder was? Ja. Ich verrate mich im Wasser, Alter. Ich spawne im Wasser, Junge, mit YouTube. Was verdient das? Ich kann trotzdem weiterfahren und bin immer noch vor Hebel, dem Locken. Ja. Ja. Deswegen gibt's auch nichts. Ja. Dass ich vor dir bin, ist verdient. Was? Nee, doch. Ah, Wasser. Da ist er erst, beim Wasser. Boah, ich dachte gerade, ich springe daneben, Mann. Die ist vor mir, oder? Alle vier direkt aneinander hier. Voll geil. Nein, direkt nicht. Ey, direkt überdrehen. Direkt. Da vorne seid ihr. Da vorne bist du. Da lag ne Annäherungsmine. Ich bin nicht reingefallen. Hierroha. Oh, das ist ein Tor. Ja, echt? Soll? Wo ist der Tor? Wo ist der Tor? Wo ist der Tor? Oh, ich hab Rockensmongs. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt verrate, wo der Tor war. Wo ist denn der Tor? Ja, ich bin doch vor dir. Ich mein Helm nicht. Links, rechts, oben, unten. Links ist der Tor. Echt? Man muss da lang fahren. Okay. Fahre mal dem hoch. Oh, was? Und nochmal? Ja, ich muss sagen, du verlierst dadurch schon Zeit. Du hast gelegt, ganz schlecht. Ich hab beide geschafft. Ach ne, der hat keine mehr. Ich hab gelegt, auch eben. Und da sieht man eine blinken. Und zwar aus weiter Ferne. Boah. Loah, ich bin gerade so reingekommen. Boah. Boah. Wer ist denn da? Aha. Rungseal. Er sprengt doch echt immer den letzten. Ey, scheiß Karre, dreh dich um. Sind schon. Er blockt direkt beim Riespaar. Hä, aber was los? Wurde es gesprengt? Oh Mann. Gerade von Rungseal? Ist schon ein bisschen her. Leil, wie ich dritter bin. Jo. Hier wohl legt direkt wieder alles. Da lag was. Da lag was. Hat nicht so ganz funktioniert. Hm? Oh leil. Woher soll man das denn? Ich hab den Schirm weggerammt. Ja ok, war irgendwie logisch. War irgendwie logisch. Mit dem Loch oben, oder was? Oh, will Tablen ins Ziel kommen? Ich weiß nicht. Wenn er durchspeedet, da ist es auf jeden Fall direkt. Paco schafft es auch noch, oder? Ja. Ja, aber Helbe schafft es glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Paco sechste. Nee, das geht sich gar nicht aus. Niemals. Paco schafft es, aber Helbe nicht. Das wäre so verdient. Das wäre das verdienteste überhaupt. Ja, er überdreht. Er überdreht. Da vorne ist das Ziel. Da vorne ist das Ziel. Hab ich gesagt. Paco schafft es und Helbe schafft es nicht. Easy. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Guckt bei den anderen vorbei und haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.